Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. So, 1220 Punkte brauchen wir noch für den nächsten Rang. Super. 2, 4, 6... 2, 4, 6... Warte mal. 2, 4, 6, 8, 9 Jobs haben wir gerade momentan. Das ist nicht viel, ne? Hallo, die Waldfee. Gut, ähm... Was steht denn heute auf dem Plan? Ich glaube, wir müssen heute... zweimal zur magischen Halle, genau. Und ihr seht den Mauszeiger, sorry. Einmal zu den Dörrwiesen. Und einmal zur Rieselwüste. Okay, ja, das wäre dann der Plan. Dann kommt der mysteriöse Meer. Weiß Alter, da können wir uns später mal drum kümmern. Meersbohnenruine, da ist ein Schatz, okay. Und bei der Vulkanerfeuerinsel... auch. Ja, das gucken wir uns später an. Erstmal ist der Sandkontinent gefragt. Da haben wir noch ein bisschen zu tun. Schauen wir uns mal... Okay, wir haben eine coole Box. Die öffnen wir mal. Kalzium. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Können wir erst mal getrost ablegen. Da. So. Viertelzweig brauchen wir nicht. So. Jetzt haben wir noch drei Slots frei. Ähm... Die Sachen können wir vielleicht mal mitnehmen. Schlafsamen eher weniger. Team Leber Orb. Nehmen wir mal mit. Jetzt sind wir voll, ne? Oder? Ne, jetzt wird es flot... Okay, dann holen wir uns noch schnell zwei Riesen... Riesen... Ach nee, ich verwechsel die Dinger mal. Perfekte Äpfel. Die heißen ja hier Perfekte Äpfel. Genau. So, dann nochmal. Gut. Okay. Das ist ja schon mal ganz gut. So. Warte mal. Wird erstmal das ganze Geld ablagern. 16.000 haben wir. Wird wir halt... ...all damit machen können. Keine Ahnung. Aber na gut. So, also Sandkontinent, ne? Weiter geht's. Ich hab viele Dungeons, die wir jetzt bis jetzt noch nicht besucht haben, ne? In Bezug auf Jobs und so. Halt auch. Haben wir hier noch jemanden? Ja, dachte ich mir. Ähm... Haben wir schon auf der Connexus-Währe geschaut? Ja, ne? Stimmt. Hm. Ja, doch. Ja, aber gut. Was haben wir denn da unten eigentlich? Oh, mein Hals, ne? Ähm... Da haben wir einen Kapono. Da bin ich auch ziemlich sicher, dass er irgendwo aufstreuen wird. Wird wahrscheinlich hier unten eine Verbindung herstellen oder so, denke ich mal. So, wie kommt die To-U? Sacrum. Okay. Hier haben wir noch Ninjask. Okay. Lavalus Arctus. Ja, da können wir uns erst später drum. Jutu. Prigigus. Ja. Sind anscheinend auch noch ein paar Dungeons, die aber erkunden sollen. So. Ja, gut. Lass uns die Reise starten. Magische Halle. Da war ja. Einmal Expedition, verschlossene Tür. Genau. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Aber naja, gut. Das sollten wir aber hinkriegen. So. Magische Halle. Ich würde erstmal die Akkorde fertig machen, würde ich sagen. Erst mit der Tür. Ich mag die Musik. Ich muss peen die vier. Bis... Ne, halt. Doch, unter ihm der Elf. Okay, dann. Okay. Alles gut. Und eben der Zwo. Alt. Falsch. Ich hab's gerade selber bemerkt. Mein Mann, das ist ein geiles Typ. So. euroh-joh-joh-joh-joh-joh-joh-joh-joh-joh denn Schultz Plus. Typendurchsetzer. Gut. Das? Achso, ein Schlüssel. Effektivschlag. Nochmal. Hier. Bisschen Geld eingesammelt. Und weiter. Und dann eine 3. Ach nöt. Wollen wir ja nicht angreifen. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Du-du-du-du. Bam. Ziemlich viele Geister-Pokémon unterwegs. Ist mir gerade eingefallen. Äh, aufgefallen, sorry. Moment. So. Aber Moment. Nein. So, okay. So konnte man das auch lösen. Ähm. Hm! So. Komm gut voran. So, die Hälfte haben wir knapp schon fertig. Ja, Statusschutz brauchen wir nicht. So, Cutter, 45. Okay. Wir sind eigentlich ziemlich schnell. Fällt mir gerade ein. Oder auf. Es geht relativ schicks im Vergleich zum letzten Mal, wo wir hier waren. Aber es soll mir jetzt ehrlich gesagt egal sein. Schön. Nochmal eins drin gedonnert. Oh! Eine schwere Box. Und ich muss niesen. Ja, oder auch nicht. Oder doch. Ja, manchmal, manchmal ist es komisch. Nee, bei Geki will ich nicht vorbeischauen. Mach's gut, Geki. Okay. So, ein Strahl-Ob. Ja, aber warum wir jetzt nicht unbedingt ... Nur für krassere Notfälle vielleicht. Wir machen mal hier. Ein Lantern Nektow. Ganz blöde Idee. Ganz blöde Idee gewesen. Puh. Das war eine ganz blöde Idee gewesen. So, der eine schläft. Okay. So, der eine schläft. So, vorletzte Ebene. Ein wandernes Pokémon scheint jetzt in dem Fall gar nicht mehr aufzutauchen. Ähm ... Ich finde es gerade persönlich jetzt gar nicht so gut, dass die jetzt sich hier aufteilen. Ich hasse diese Warpfallen. Ähm ... Okay, hier sind wir falsch. Gehen wir mal hier lang. Jetzt dachte ich mir, dass Lipomit jetzt drauf gehen wird. Wie ich es einfach halt gedacht habe. Hm ... Siehst du, diese Fallen, die machen ... Einiges aus. Ja, wir brauchen jetzt die ... Dinger nicht. Manchmal strengt das echt an. So, mit dem anderen Trupp. Tun wir weiter. So. Okay. Hier gibt es eine versperrte Tür. Okay. Oh ne, nicht Unheilböen. Okay. Oh ne, nicht Unheilböen. Hm. So. So. Ein Rotom. Oh Gott. Nein, es lohnt sich jetzt nicht auch noch was zu essen, tatsächlich. Wir sind ja gleich da. Ja. Really jetzt. Man, no. Ja, wie gesagt, das ... Mann. Scheiße. Ja, gut. Dann müssen wir einen Teil zum machen. Oder ich lass mich umbringen. Das ist, glaube ich, am besten jetzt. Drei. Zack. Blebersamen eingesetzt. So. Können wir uns ja immer noch eine neue holen. Aber für die Äpfel ist das halt ziemlich schade jetzt. So. So, neun Ort Erkundschaften. Die Schneehöhle. Mhm. Die Schneehöhle. Hammer. Ob das auch neue Shops geben wird? Das bleibt abzuwarten, ne? Okay, Bronzok und Bronze haben sich verbunden miteinander. 200 Punkte. Also insgesamt 400. Okay. Da bleiben uns jetzt nur noch ca. 800 Punkte, ja? Ist ja nicht mehr viel eigentlich. Für unsere Verhältnisse ist es nicht mehr viel. Dann müssen wir ja noch zwei Ränge, glaube ich, jetzt noch machen. Und dann sind wir fertig. Dann sind wir fertig. Gut. Ähm. Ich gehe mal davon aus, dass es neue Shops geben wird. Genau. Ähm. Der wie? Der wie ist denn? Echt? Okay, versperrte Tür. Sandhöhle. Bis zur letzten Ebene vordringen. Okay. Ja, gut. Warum haben wir denn jetzt hier die Dungeons-Fahrzeichen? Hm. Das weiß nur keiner. Na gut. Den machen wir weiter. Nochmal. Zum. Zur magischen Halle. Ja, wie gesagt, ist es ziemlich unglücklich jetzt gerade verlaufen, aber naja. was soll man jetzt auch machen, ne? Gut. So, Dörwiesen, nee, nicht Dörwiesen, sondern magische Halle hatten wir jetzt zuerst gehabt, genau. Dann Riesewüste, dann Sandhöhle. So, also, normal von vorne. Ja, wie gesagt, geht leider nicht anders. Ah, ist ja ein Normal-Pokémon. Shit. Ich habe gerade überlegt, warum Geist uneffektiv ist im Polecon. Ich habe erst gedacht, es war ja ein Psycho-Pokémon, aber es ist ja ein Normal-Typ. So. Effektiv-Schlag. So, diesmal müssen wir zu Ebene 12. Unterebene. Und dann sind wir auch wieder hier fertig. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ne, Fassungsorb. Ne, brauchen wir nicht. Ein Klicke-Declack. Hat man das jeweils mal begegnet? Hm. Na ja. Na ja. Fokusstoß. Fokusstoß. Ho. Okay. Die Treppe ist hier. Jut. Was haben wir hier? Schutzplus brauchen wir nicht. Huch. Nein. So. Statusschutz brauchen wir nicht. Effektivschlag. Hier. Jetzt sind aber auf jeden Fall auffällig viele Pokémon unterwegs, oder? Im Vergleich zum vorherigen Lauf gerade. Naja, soll uns recht sein. Können wir halt ein bisschen trainieren noch. Oh nein. Ist das Stärke plus X? Ist das Stärke plus X? Ja, Unheilwillen. Es ist aber auch manchmal weg mit dir. So. Okay. Einschüchterer? Hm, jo. Flauschlingel. Flauschlingel. So. Boah, ich hab immer Angst, dass da irgendwie ein Monsterraum ist, wenn da so viele Items auf einmal liegen. In so einem kleinen Raum. Das ist manchmal ein bisschen... Hm. So, Elixir genommen. Ah, warte mal. Okay. Warbsam? Nö, brauchen wir nicht. Brauchen wir absolut nicht. Was ist das? Achso, ein Klick, die Klack. Oder? Nee, nur ein Klick. Stärke plus X. Hm, Moment schon mal. Au. Achtel. Protein, genau Nehmen wir mit Oder trinken gleich halt sofort Die Weitsichtigkeit brauchen wir nicht Ach, halt So Das ist so Ja, jetzt müssen wir langsam So langsam aber sicher was essen hier Den erstmal umbringen So So Okay Ähm, okay Mensch, wenn die nicht immer trollen würden, ne? Mit diesen scheiß Warpfeldern Nee Kann doch nicht wahr sein hier Müssen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal Ähm Was macht die? Äh Die hat doch alle Attacken, warum setzt die sie nicht ein? Ist Hallo? Oh, wir sind alle blockiert Ich seh's grad Das kann doch jetzt nicht wahr sein Deswegen hasse ich Warpfein Warpfein sind scheiße Weißt du was ich mache? Ich setze kein Item ein Lass sie erstmal verrecken Setze ein Beleberorps ein Und dann sollte sie genau Neben uns spawnen So Geh mir hier grad ein bisschen auf den Sack Schlafzweig Schlafzweig Ein Apfel Okay So Hier hin 40 Bucke So Effektivschlag Nee Brauchen wir jetzt nicht weiter Die mit ihrem Konfustrahl immer, ne So 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 Vorletzte Ebene Okay Okay Unter Ebene zwölf. Wir haben die letzte Ebene. Ach, recht. So, neuen Order forschen. So. Mein Kumpel hat keine Nachricht schickt. Ich muss zwischendurch mal antworten. Sorry. Stahlobohr. So. 400 Punkte haben wir. Ja, okay. Mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt noch... ...was Kleines eventuell. Schauen wir mal. 603 haben wir. Gut. Da oben haben wir einen neuen Job. Holperwiesen. Okay. So. Ich will mal gucken. Holperwiesen. Sandhöhle. Das ist jetzt gerade so die Sache. Okay. Ich schau mir mal kurz die anderen Jobs mal an. Und überlege Gott. Wie war am besten vorgehen. Okay. So. Hier haben wir niemanden drinnen, ne? Ne. Okay. Okay. Dörrwiesen, riesen Wüste, Holperwiesen und Sandhöhle. Expedition. Expedition. Verschlossene Tür. Und halt Dörrwiesen. Wird wahrscheinlich nur... Ne. Das schaffen wir zeitlich nicht mehr, denke ich. Oder? Ja, okay. Dann machen wir... Ne, komm. Dann machen wir Dörrwiesen im nächsten Part. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Macht euch gut. Haut rein, Leute. Und tschüss.